So, willkommen zurück zu einer weitere Runde, Overwatch mit dem Erichsen und ich spiele heute mal eine Runde, ich spiele mal eine Runde McCree, ich habe in letzter Zeit mal wieder ab und zu McCree gespielt, das war eigentlich ganz geil, mal gucken, ob wir das hinkriegen So, noch mal gucken, Symmetra ist aktuell auch echt ultra strong, ne? Ja. Ja, die mit Reiner zusammen, ey, das ist echt eine solide defensive, ey, das ist echt how the fuck. Haben wir nur ein Damage-Diener? Ja, nur mich. Ja. Ja, ich hoffe, ich kriege das hin, Alter. Na ja, mal gucken, werden wir schon schaffen. Ich finde das echt immer noch schade, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit mal, als ich meine Stimme ein bisschen schonen musste, Off-Stream auch ein bisschen Overwatch gespielt, einfach mal so Quickplay, ähm, und ich muss sagen, da versuche ich auch mal gerne so etwas wie Sombra, aber, ey, Sombra, Sombra ist eigentlich so ein cooler Champion vom Kid her, aber der ist so useless, ey, wirklich, ich weiß nicht. Das wäre so cool, wenn der, wenn der irgendwie mehr Nutzen hätte, ne? Ich weiß auch nicht, wie man das machen sollte, entweder müsste sich die Waffe schneller entladen, oder die müsste mehr Damage machen, ich weiß nicht. Ich meine, du hast zwar 60 Schuss auf deinen Munitionen, also auf deiner Waffe, aber das bringt halt gar nichts, weil die sich so langsam entlädt, Alter, du musst halt ewig draufhalten. Das ist halt schon ein bisschen kacke. Übrigens, äh, lustig, kam eine Statistik raus, ähm, bei der wurde, bei der wurde gezeigt, dass, äh, äh, im MLG-Tournament einfach Quadra Tank gespielt wird, zu 50%. Was wird Tank gespielt? Quadra Tank wird in den Tournaments gespielt. Achso, okay. Und, und danach Triple Tank. 2-2-2 wird nur zu 3,5% gespielt. Und, 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 und Ja, ich habe bis jetzt ganz gut reinhalten können in die. Nicht viel Damage gemacht, aber ein paar entscheidende Kills gemacht. Ich habe jetzt Ulti mit. Ist nice. Ich habe auch meine Ulti. Bereit für eine ultimative Schießerei. McCree ist auch immer noch echt strong. Ich gehe nochmal hoch. Der Schildgenerator ist echt nice, ey. Hm. Kommst du weg, Matt? Jo, jo. Ah, verdammt. Oh, fuck. Ich bin tot. Scheiße. Der hat echt nicht gereicht vorne, um den Looser zu killen, weil der noch Ulti hatte, glaube ich. Ah, der hat mich echt gut gekillt. Scheiße. Kommt ihr noch, bekommt ihr den Punkt verteidigt? Jo. Na, ist das gut, ey. Ich habe echt noch nicht so viel gemacht, ey. Aber irgendwie brauche ich auch nicht viel machen. Ich mache ein paar einzelne Kills und dann reicht. Das reicht echt schon weitersgehend. Der Schildgenerator ist halt ultra sick, ey. Der ist wirklich gut. Also bis jetzt ist das Rewerk richtig gut gelungen. Genji down. McCree tot. Oh Gott, ich treffe ihn nicht. Habt ihr? Hab ihn. Nice. Oh, lol. Oh, lol. Der hat mich echt gepackt. Scheiße. Ah, schade. Ich werde wiederbelebt, nice. Cool. Ich habe immer noch Ulti gehabt. Oh Gott. Oh mein Gott. Der hat für mich das Geulte. Nice. Nice, immerhin, Alter. Aber McCree ist immer noch echt super fancy. Auch wenn ich... Ich bin du brauchst den Damage und Eliminierung, aber... Wenn du da so ein paar Klicks machst, Alter, dann... Easy. Dann easy going. Vor allem eine gute Ulti kannst du da echt so viel reißen. Aber es ist gar nicht so leicht, Alter, eine gute Ulti zu setzen. Nee, das ist... Bei den ganzen Scheiß, Alter, mit Zarya Schild, Reinhard Schild, Winston. Dann hast du Senyata Ulti. Wobei Senyata Ulti kannst du ignorieren. Weil die ja One-Hit sind. Ja, wir haben Genji. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also mit Winston und Zarya mit Kombination mit Genji ist das wirklich eigentlich easy. Ja. Ja, ist mega heftig. Ja, ist mega heftig. Und... Keine Ahnung. Da könnte ich mir vorstellen. Ich habe nur 4000 Damage gemacht. Ich habe 3700. Ja, guck mal, du hast fast so viel wie ich. Aber ist auch mit McCree gar nicht so leicht, finde ich. Naja. Ja, mit McCree finde ich auch, ist das halt das Wichtigste, halt die Leute zu töten, anstatt auf den Damage zu machen. Naja, naja, genau. Du musst die Leute halt exekuten direkt. Gerade in Genji konnte ich ein paar Mal gut killen, ey, da war Instant Rip immer. Leute, was ist denn das für ein Emote gewesen? Wie kann man sich eigentlich hinsetzen? Ja, das ist das Emote. Also jeder Champ hat da ein Emote, wo man sich hinsetzt. Ich habe keinen hier. Ich habe keinen hier. Ey, die Anna hat mich nicht einmal getroffen. Ja, wenn nichts, switche ich gleich. Hm. Hab den Exy? Yo. Das war's glaube ich, ich denke das war's Sehr gut, ja ich habe einen, ich konnte am Anfang direkt den Dings rausnehmen, den McCree, der hat sie gar nicht gesehen, als ich hinter dem gekommen bin War ziemlich nice Mal gucken wie viele Punkte wir kriegen, die Teetasse, was ist das denn Oh der X-Auf, Alter der Skin ist golden Ja Boah ist der über sick, da brauchst du ja auch gar keinen goldenen Hammer kaufen Ja Ich weiß nicht, das ist ein mega krasser Highlight aber reicht eigentlich nicht 42% offensives Assist hatte der Sinn, vielleicht war der auch super Damage, ich weiß es nicht Ja Aber mit Soldier ist da zum Beispiel was ganz anderes als mit McCree Mit Soldier musst du echt Damage drücken wie ein Boss, Alter Ja Aber das ist auch kein Wunder, der haut auch recht raus, ey Allein schon wegen der Rakete, wegen der Granate da Eine Rakete, die du ballern kannst, du machst halt AOE Damage Und das klappt ja auch glaube ich immer 100 Damage raus oder so So, wie viele Punkte kriegen wir denn? Ja, wir gehen wieder auf 3000 hoch, ja knapp 4 Punkte unter 3000 Gut Leute, dann würde ich sagen, war's für heute Wie gesagt, meine Stimme ist noch ein bisschen eingeschlagen, also verzeiht mir das Aber jetzt kommen wieder täglich Overwatch Gameplays natürlich Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dahin, haut rein!